Bei mir ist Andrea Carosi, die Organisatorin des Metzgergrills. Was steckt hinter dem Metzgergrill? Ich sage jetzt einfach «la grande bouffe»? Ja, es gibt viel zu essen, viel Fleisch, viel verschiedenes Fleisch, viele Spezialitäten. Jeder hat natürlich seine eigenen Sachen. Und wie kriegt man denn so eine Festung in der Afel zusammen? Wer ist alles auf dem Platz und hat seine Grillen und Öfen ausgefahren? Das sind alles Metzger der Region, Mitglieder des Metzgermeisterverbandes bei der Basel- und Umgebung. Und die machen hier mit, präsentieren, was sie haben, zeigen, was sie können. Gehst du am besten gleich selber schauen? Okay, da wird man ja gerade geschickt, also kommen mit. Hallo zusammen, hier ist Remo Mathis von der Metzgerei in Dorna und Herwil. Das Wichtigste beim Grillieren ist natürlich ein Topglut. Wir empfehlen mit Holzkohle. Wenn Sie eine Frage haben, kommen Sie vorbei, wir beraten euch. Wir haben natürlich auch super Fleisch dazu. Ich wünsche euch schöne Ferien. Tschüss zusammen. Unsere Würste sind super ohne Ketchup, Mayonnaise oder auch sanft. Kommt doch auf die Altenkinder, Zunziger oder auf Liestl. Dort bedienen wir euch gerne. Das ist unser Grill-Tipp dieses Jahr. Das Flat Iron Steak vom Schulterspitze. Nehmen wir es, bevor wir davon grillieren, etwa 2-3 Stunden vorher aus dem Kielschrank. Und wenn es grilliert hat, lassen wir es in etwa 2-3 Minuten abstehen lassen. Können wir bei euch in der Metzgerei Hens in Lauf oder in Riechen abholen. 10 Metzgereien, die auch untereinander gibt. Normalerweise arbeitet jeder für sich. Natürlich wir auch. Und dann nicht miteinander. Aber hier arbeiten wir miteinander. Und das ist eben schön, dass man miteinander arbeitet. Alles zusammen miteinander bespricht. Und hier oben durchzieht. Und das sind eigentlich alles unsere Mitarbeiter. Jetzt ist bei mir der Martin Zimmermann. Er ist der Präsident vom Metzgermeisterverband Beider Basel. Martin, die Herausforderung zum Metzger alle so zusammenzubringen. Ich meine, Präsident, was ist die Aufgabe genau von dir? Ja, grundsätzlich müssen wir uns organisieren. Einfach auch die Verwaltung, was so ansteht mit dem Lehrlingswesen etc. Gibt es natürlich auch Gesetzesvorlagen, wo man mindestens eine Eingabe machen kann. Auch im Schweizerischen Verband, wo man auch Sachen wahrnimmt. Dann ist jetzt zum Beispiel auch aktuell das Metzgerhaus, das in Planung ist. Und wo wir jetzt auch beteiligt sind als Verband. Da gibt es natürlich immer wesentliche Aufgaben, um zu erledigen. Und wie wir da gerade jetzt im nächsten Schritt sehen, haben wir wirklich auch schon die nächste Generation, die diesen Beruf erlernt. Wer seid ihr? Wir sind Lehrling im zweiten Lehrjahr. Ich bin jetzt hier im Verkauf. Du bist in der Verarbeitung. Samuel Heinemann auch. Und wie ist das hier gerade vor den Leuten? Ja, es ist sicher eine coole Erfahrung. Es ist auch toll für die Leute, sie sehen, wie diese Sachen produziert werden. Zum Beispiel bei der Würste. Man isst etwas, das man jetzt nicht jeder hier sieht. Zum Beispiel beim Schweinsherz. Sicher etwas Cooles. Bei einem grossen Stückchen Fleisch kommt es immer auf die Temperatur durch an. Die Aussentemperatur und die Innentemperatur. Bei Fragen oder so kommen die besten zu uns in die Metzgerei Schade, Flionage. Wir sind für euch hier den ganzen Sommer lang. Merci, schönen Abend noch. Hallo, ich bin Sean von der Metzgerei Grauwiller. Wir sind in Basel zu Hause und haben uns heute gedacht, dass wir hier mitmachen beim Metzgergrill. Ich will etwas Spezielles machen mit dem offenen Marktbein vom Grill. Und ich hoffe, es gefällt allen. Und wenn er will, können wir auch ganz klar bei uns im Geschäft beilügen und bei uns direkt einkaufen. An der Agenau Strasse in Basel. Ich bin Roland Brun, der Chef der Metzgerei Schultes in Basel und in Oberwil. Wir machen dieses Jahr etwas Neues. Mit diesen feinen Kalbsbrustbraten, sogenannten Metzgerbraten. Vorgegart, in die Roschen geschnitten, fertig grillieren. So schön knusprig ist und knackig zum Essen, butterzart. All das bekommen Sie in unseren zwei Läden in Basel und Oberwil mit einer speziellen Beratung dazu. Was sind das überhaupt für Gäste, die hier heute eingeladen wurden? Oder wie kommt man an so ein lauchtes Ticket? Also da hat es ganz verschiedene Gäste. Wir haben Firmen hier, die ihre Kunden einladen. Wir haben aber Firmen auch hier, die mit den Mitarbeitern kommen. Man muss ja nicht immer nur am Weihnachtsessen zusammenkommen, sondern unter dem Jahr ist das auch einmal lässig. Und dann haben wir aber auch Gruppen, die schon seit dem ersten Mal im Metzgergrill immer da sind. Die besorgen sich dann auch immer rechtzeitig die Billette für alle. Es können auch Einzelpersonen kommen, egal. Also man kann kommen. Wann kann man denn wieder kommen? Es steht das neue Datum schon. Jawohl, wir haben gerade, bevor der Anlass angefangen hat, haben wir doch gerade unterschreiben für das nächste Jahr. Das nächste Jahr ist das am 5. Juni 2025. Und ich denke, wir werden mit dem Ticketing wieder vor der Weihnacht anfangen, sodass man vielleicht auch auf die Weihnacht gerade einen Metzgergrill-Ticket verschenken kann. Oh, super coole Idee. Wir sind schon fast am Ende des Jahres. Macht euch eine Notiz zuhause. Hängt ihr einen Eiskasten hin. Dann denkt ihr auch wieder daran und sagt vor allem eurem Metzger beim nächsten Mal eine ganz liebe Grüße, wenn ihr wieder einmal in die Metzgerei geht. Hallo zusammen, mein Name ist Raphael Jenser, die fünfte Generation vom Jenser in Ahlersheim, Reinach und Muttens. Und wenn ihr keine Lust habt, selber zu grillieren, dann kommt gerne vorbei. Unser Partyservice-Team beratet euch gerne und unterstützt euch in einem kleinen wie auch grossen Anlass zu Hause und auch auswärts einer Festlokalität. Und jetzt wünsche ich allen einen ganz schönen Grillsummer. Habt viel Spass beim Grillieren und dann einen guten.